Ein letztes Mal sind wir hier auf dem Minispielwerk unterwegs. Ich begrüße euch ein letztes Mal zu Mario Party Superstars, beziehungsweise eigentlich nicht ein letztes Mal, aber zumindest hier auf dem Minispielwerk. Wir spielen heute die Tagesherausforderung und danach kommen wir nochmal Together Parts, zusammen mit Office Schilling 98. Vielleicht guckt ihr euch die ja nochmal an. Wenn nicht, dann danke ich schon mal. Hier seht ihr heute empfohlen im Minispielpaket. Und versuch dich doch mal an ihnen für Aufmerksame. Welches Minispielpaket, welche Minispielpakete verfügbar sind, wechselt jeden Tag viel Spaß damit. In jedem Paket sind drei Sterne zu vergeben. Einer pro erster Platz im Minispiel. Die Minispieler wechseln täglich, kommen regelmäßig, um die Sterne zu erspielen. Okay, können wir mal probieren. Können wir gerne mal versuchen. Für Überlebenskünstler. Die Tagesherausforderung steht an. Erhalte einen Stern für einen Minispielsieg. In diesem Paket gewinnt wer am längsten durchhält. Legen wir los. Können wir machen, Lucky 2. Achso, das ist auch Online, okay. Hallo, durften wir gar nicht auswählen? Unfair, Betrug, lächerlich, alles, auf einmal ist es. Das wollte ich gar nicht. Das ist ein Minispielscrap. Klar, ich kann es verstehen, wenn man das mag. Das ist auch an sich cool. Aber, ich bin richtig schlecht drin. Habt ihr wahrscheinlich in den Partys immer mal gesehen. Aber was soll's. Schade. Okay, schade, schade. Erstes Minispiel sofort verloren. Naja. Habt ihr denn was anderes von mir erwartet? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Naja. Ach, das geht nach der Reihe. Achso, okay, dann doch kein Betrug. Alles zusammen und so und ihr wisst schon, ja. Dann macht das nämlich auch alles Sinn. Und ich glaube, das Spiel ist ein bisschen offensichtlich. Ich bin mir nicht sicher. Ich mach's mal ein bisschen leiser. Ich würde mich erstmal zurückhalten wollen. Das hab ich gut gemacht. Ich will nichts gegen sagen. Kann man hier eigentlich auch mit die gleichen Charaktere als Gegner bekommen? Nein! Crap. Naja, toll. Ach man. Das ist doch crap. Da komm ich wenigstens ein Stern. Okay. Bleib einfach hier stehen. Kann man Stempel? Perfekt. Perfekt. Hä? Wo bin ich denn hingeflogen? Das macht gar keinen Sinn. Das war Betrug. Das war offensichtlicher Betrug. Sorry, aber es war so. Wieso bin ich runtergefallen? Keine Plattform war offen. Keine Plattform war offen. Alles klar. Betrug. Und was ist jetzt? Ende? Gelände? Ja, Betrug. Ja, Betrug. Ja, Betrug. Hallo, da bist du ja wieder. Hat dir das für Überlebenskünstler gefallen? Das Paket? Na ja, ging schon klar. Da ist dieses Paket zum ersten Mal gespielt. Nicht wahr? Danke, dass du es mal ausprobiert hast. Immer gerne. Es gibt trotzdem Geld. Das ist doch schön. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Wir schaffen heute nach Level 99. Jetzt muss das erst wieder eine Internetverbindung herstellen. Ich bin da extra auf Online schon gegangen. Für Denker. Nicht so meins, aber können wir mal machen. Versuche ich hier wie go. In diesem Paket geht es darum, gut zu beobachten und mitzudenken. Legen wir los. Können wir gerne machen. Warum ist eigentlich Lakitu so freundlich in manchen Spielen? In manchen Spielen so akkondiv asozial. Okay. Bombige Rechnung ist das erste Minigame. Das sollte ich hinkriegen. Also das kriege ich doch eigentlich immerhin. Ich hoffe, dass es auch jetzt so ist. Nur mit Toads finde ich schwieriger als mit Bob-Omp. Was hätten wir denn bekommen? Doch 20. Doch 20. Unsicher Ich hatte mal 18 gezählt, mal 19 und mal 20 Am Ende ist es dann doch 19 Crap Schade, schade Aber muss ich mit leben Ist trotzdem noch okay, um 1 verzählt geht noch Habe ich scheinbar doch vielleicht irgendwie einen Pilz oder so mitgezählt, weiß ich nicht Aber ist trotzdem ganz nett eigentlich der Modus Fruchtkorb ist allerdings Trash Okay Bin als drittes dran, das heißt Eigentlich erstmal ist es gut Ja, hätte ich auch gemacht Klar, mit ein bisschen Überlegung kann man hier schon relativ weit kommen Aber an sich ist das Minispiel echt nicht so meins Und ja, ich bin raus Na ganz toll Genau deswegen hasse ich dieses Spiel Und was ist das jetzt? Bei mir ist es nicht rot Schade Ja, damit bin ich halt wieder raus Ist es halt so Kann ich es auch nicht ändern So ein langwieriges Spiel Aber okay Müssen wir halt mit leben Ja, aber so Jetzt kann ich es halt auch nicht ändern Bin ich halt hier letzter gewesen Rosalina hat schon ihren zweiten Stern bekommen Chaos kapuf auch noch Das ist zu schwer das Spiel Das kann ich überhaupt nicht Das wisst ihr Also es geht noch klar Aber Okay Okay Nimm das Donkey Kong Ritchie Wario Mario Pilz Bananenschale Okay Vielleicht stimmt sogar alles Ich weiß es nicht Ich habe ein bisschen unten abgeguckt Wenn ich ehrlich bin Weil ich nicht wusste wo Hammer und Kronin kommt Aber das ist alles richtig Sehr, sehr cool Damit habe ich das gemeistert Bin ich der Einzige? Ne, Rosalina auch Okay Damit kann ich leben Wenigstens ein Stern Der deinen Namen trägt Ne, ich träge keinen Namen Okay Vielleicht hätte ich das doch skippen sollen Ich habe Musik Sehe aber nichts Ah, da bin ich doch Aus meiner Lohre Hallo, da bist du ja wieder Hat dir das Paket für Denker gefallen? Ja, aber okay Gute Arbeit Heute Du hast ja einen Stern verdient Geschnappt Meine ich natürlich Mist Jetzt habe ich es weggedrückt Gibt es extra Münzen? Ja Was? Nur 30 Münze für einen Stern? Danke Es gibt mal zwei Bonus bei Online Spielen Das ist ganz nett Würde ich mal behaupten Wir spielen jetzt noch heiße Duelle Klar, wir könnten jetzt so lange spielen Bis wir alle Pakete mal gesehen haben Aber das machen wir nicht Weil das sind halt eigentlich immer nur die gleichen Minispiele Und an sich nichts Neues Ich wollte es nur gezeigt haben In diesem Paket Wird eins gegen eins gespielt Klassische Duelle also Legen wir los Okay Das werde ich ja wohl hinkriegen Och nee Warum denn schon wieder das? Wurde ja mal Zeit Knapp sieben Minuten gewartet Auf einen scheiß Mitspieler Auf einen scheiß Mitspieler Und dann auch noch das Ja Komm Ja Nee Das kann ich nicht Tut mir leid Oh Da habe ich glaube ich Ein Tick-Tack-Trauma Von Bestätige Mario Kann man so assozial sein Na ganz toll Oh Gott Oh Gott Ja genau Das ist so ein Schotter Was ist das denn? Ich habe doch eine gute Verbindung So kann kein Mensch spielen Hallo? Hallo? Willst du mich verarschen? Oha Jetzt Jetzt läuft es flüssig Perfekt Ja aber komm Was war das denn? Wie hat das Mario denn gemacht? Das ist meiner Meinung nach Betrug Ja Ich habe noch übel gut aufgeholt Würde ich sagen Aber Gereicht hat es halt dann am Ende Trotzdem nicht Schade Schade Oh komm Das war scheiße Was hat denn das so gelaggt am Anfang? So Zweite Sicht für ihn Oh naja Crap Mir hat sich irgendwas geöffnet Mir hat sich irgendwas geöffnet Ich konnte zu schnell gar nicht reagieren Ja na ganz toll Ich habe das Spiel die ganze Zeit geübt Also vorhin als ich so lange warten musste Jetzt habe ich keine Chance mehr Ich verwechsel wieder die Steuerung Das ist so lächerlich Hallo Ich habe noch Naja Alles klar Natürlich Jetzt auf einmal Vergesst dieses Minispiel Okay Bin echt nicht gut drin Ja Crap Schade Na gut Naja Schade Hallo Hallo da bist du wieder Hat dir das Paket heiße Duelle gefallen? Nee Überhaupt nicht Trotzdem danke Danke auch an euch Dass ihr euch den Crap hier gegeben habt Bis zu den Together Parts Gerne abonnieren Tschüss Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Vielen Dank.